Dieses Video dient nur dazu, um zu zeigen, dass man Ton und auch den Screen vernünftig zeigen kann. Hier ist ein Bild, was angefertigt wurde während der letzten Fotokina hier in Köln. Zusammen mit Solak haben wir am Rhein ein bisschen Lightpainting gemacht. Wir gehen in die Grundeinstellungen und haben das Bild ein bisschen bearbeitet, ein bisschen die Tiefen hochgezogen, Licht etwas rausgenommen und noch ein bisschen an der Klarheit am Klarheitsregler verstellt. Nur minimal, man soll es nicht übertreiben. Zu guter Letzt noch die Objektivkorrekturen eingeschaltet. Man kann schön sehen, die Ränder werden abgedunkelt und so werden sie aufgehellt. Man hat die Wigmentierung nicht mehr. Wenn man es mag, kann man es dunnen lassen. In der Regel nehme ich das schon raus, zumindest bei Nachtaufnahmen. Man kann sicher, впod separate choses. Godwin dell kann dich automatisch sehen und sie pounds kurz auf dieonneução n�. Man kann gerneresso sehen, was unst gibBuodle,